Willkommen bei der Sendung Geld. Einen guten Abend. Kein Thema macht den Schweizerinnen und Schweizer mehr Sorgen als die Altersvorsorge, die AHV und die Pensionskasse. Und doch haben die wenigsten eine Ahnung, was sie im Detail von ihrer Pensionskasse erwarten können und wie sie den Pensionskassenausweis, den man von seiner Kasse bekommen hat, lesen und interpretieren. Der PKA-Ausweis gibt Auskunft darüber, mit welchen Altersleistungen man später bei der Pensionierung rechnen darf. Dank diesen Zahlen kann man abschätzen, wie gut oder oft auch wie schlecht man dann im Alter wird anstehen. Wenn man seine finanzielle Perspektive im Alter realistisch einschätzen kann, sieht man, ob man in der Altersvorsorge Lücke hat und ist während dem Erwerbsleben eher noch in der Lage, diese zu füllen. Wichtige Daten finden wir auf dem Vorsorgeausweis, auch zu den Leistungen der Pensionskassen, für den Fall, dass man stirbt oder infalit werden würde. Auch da ist es wichtig, dass man allfällige Lücken bei der Risikoabdeckung erkennt und frühzeitig reagieren kann. Ich begrüsse jetzt den Reto Zaug, Leiter Pensionsplanung bei der Akrevis Bank Will. Der meiste Eindruck macht auf die Pensionskasse Ausweis, die Zahl mit dem voraussichtlichen Alterskapital. Aber wie sicher ist es denn, dass man mit 64 oder 65 das Geld wirklich rüberkommt? Sicher im Leben ist nur der Tod. Grundsätzlich sind die Pensionskassen heute sehr gut aufgestellt und ihre Anlagen sind breit diversifiziert. Im Jahr 2018 haben die Pensionskassen ein Minus gemacht von 3,5%. Im Jahr 2019 war es ein hervorragendes Jahr mit einer Performance von 11%. Das bedingt aber, dass man endlich die Reformen in der Pensionskasse umsetzen und die Umverteilung endlich stoppt. Ausgerechnet wird auf dem Formular auch, wie viele Rente man dann später überkommt. Kann man effektiv mit dieser Rente rechnen? Die Umwandlungssätze in der obligatorischen Pensionskasse sind heute bedeutend zu hoch. Ich, Alter 50, rechne mit 4,5% Umwandlungssatz. Das heisst, 100'000 Alterskapital mit einem Umwandlungssatz von 4,5% gibt der Rente pro Jahr von 4,5'000 Franken. Verwirrend ist auf dem PK-Ausweis, dass man einen gemeldeten Jahreslohn drauf hat und einen sogenannten versicherten Jahreslohn, der allerdings deutlich tiefer ist. Was bedeutet das für die Versicherten? Sie und ich sind AFO versichert. Das heisst, eine einfache maximale AFO-Rente beträgt zurzeit rund 28'000 Franken. Das wird in der Pensionskasse berücksichtigt mit dem sogenannten Koordinationsabzug. Das heisst, wenn Sie 85'000 Franken verdienen, minus den Koordinationsabzug von 25'000 Franken, haben Sie einen versicherten Verdienst von 60'000 Franken, auf der Basis werden Risikoleistungen abgedeckt und die Altersvorsorge geöffnet. Besonders genau sollten all die der Pensionskasse Ausweis studieren, die von einer Frühpensionierung träumen. Bei den meisten Pensionskassen kann man ab 58'000 eine Rente oder das Kapital beziehen. Auf dem Vorsorge Ausweis sieht man, was das in Franken konkret bedeuten würde. Für viele ist der Traum der Frühpensionierung dann rasch vorbei, weil sie merken, wie viel weniger Rente sie wegen der Frühpensionierung überkommen. Optimieren kann man seine Vorsorge durch freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse. Wie viele so Einzahlungen im konkreten Fall möglich sind, erfährt man ebenfalls auf seinem PK-Ausweis. Die meisten sind ernüchtert, wenn sie dann tatsächlich erfassen, wie viel oder eben wie wenig Rente sie bei der Pensionierung tatsächlich rüberkommt. Wie kann man jetzt seine Vorsorge optimieren? Ja, in den nächsten 10-12 Wochen gibt es doch bei schwierigen Unternehmungen ein Mitarbeitergespräch. Da kann ich einen guten Tipp für Sie. Verlangen Sie doch mehrmals mehr dem Lohn. Da legen Sie den Wunsch fest. Da haben einige Vorteile. Einerseits haben Sie effektiv mehr Geld im Portemonnaie, zum Sparen, für die Haltungsvorsorge oder zum Konsumieren. Gleich schon der Valentinstag. Da können Sie der Frau einen schönen Blumenstrauss schenken. Und je nach Lohnerhöhung können Sie das durchaus noch weiterhin bestücken mit einem romantischen Ausflug. Aber der Hauptvorteil ist ja, dass der versicherte Verdienst mit einer Erhöhung der Lohnsumme höher wird. Das heisst, die Risikoleistungen werden höher ausgefallen. Der Arbeitgeber zahlt mehr Beiträge ein für die Haltungsvorsorge. Und somit haben Sie im Alter ein höheres Kapital und entsprechend auch eine höhere Rente. Was man auch machen kann, ist ja, dass man eine freiwillige Einzahlung in die zweite Säule tätigen. Aber lohnt sich so freiwillige Einzahlungen in die Pensionsklasse tatsächlich? Ich will ja eben gerade die Umwendungssätze sinken im überobligatorischen Bereich. Sie haben ja sicher Wünsche und Ziele. Und vielleicht haben Sie sogar das Bedürfnis, früher in die Pension zu gehen. Ich empfehle, eigentlich regelmässig eine gesunde Pensionskasse einzukaufen. Bei Pensionskassen, wo gewisses Anierungsbedarf besteht, mache ich gewisse Vorbehalte. Wie kann man dann auch die dritte Säule optimal nutzen, damit man eben im Alter wirklich genügend Geld zur Verfügung hat? Selbstständige Werbende, Abendnehmerinnen und Abendnehmer sollten die Beiträge in dritten Säule voll ausschöpfen, damit sie von der Abzugsfähigkeit profitieren können. Ist der Anlagehoizont relativ lang, dann empfehle ich am Versicht, das Geld in Wettstifte zu investieren, sogenannte Wettstifte zu sparen, also eine Konto-Lösung zu machen. Danke vielmals, Reto Zau. Wer kennt das schon nicht? Man hat viele verschiedene Versicherungen und zahlt über Jahre hinweg brav seine Prämien. Und dann, wenn man tatsächlich mal entschieden hat, bekommt man den Bescheid von der Versicherung, dass ausgerechnet der Fall im Vertrag leider nicht im Begriff ist. Im schlimmsten Fall bleibt man dann selber auf dem Schaden sitzen. Welche Fachbegriffe in den Verträgen sind heikel und sorgen in der Praxis oft für Missverständnisse oder Streit? Und wo gibt es in den Verträgen sonst Fallstricke, wo man sollte aufpassen? Mit an dazu erfahren Sie es das nächste Mal wieder da bei uns im Geld. Zuerst wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und dann gegen Ende Woche tatsächlich einen freudvollen Valentinstag.